Der Dessauer Kalender Bei diesen Veranstaltungen sind Autoren, die Beiträge für den Dessauer Kalender geliefert haben, anwesend und es werden ein oder zwei Beiträge im Vortrag vorgestellt. Da diese Veranstaltung pandemiebedingt in diesem Jahr ausfallen musste, haben wir dank der Hilfe des offenen Kanals die Möglichkeit, den Dessauer Kalender auf diesem Weg vorzustellen. Der Dessauer Kalender hat insgesamt, wie in den letzten Jahren, 224 Seiten. Wir haben 220 Abbildungen und er enthält 15 Beiträge. Zunächst einmal möchte ich Sie auf einen anderen spannenden Beitrag in diesem Kalender aufmerksam machen, der von Hans-Peter Hinze stammt. Hans-Peter Hinze war viele Jahre im Museum für Naturkunde und Vorgeschichte der Stadt Dessau Mitarbeiter und Sie alle kennen ihn als den Stadtarchäologen und denjenigen, der über die Ur- und Frühgeschichte, die Geschichte des Mittelalters und alle Dinge, die einen Boden funden in unserer Stadt zu entdecken waren, bestens Bescheid weiß. Herr Hinze hat für den Dessauer Kalender ein ganz besonderes Stück Stadt- und Naturgeschichte unserer Stadt ausgegraben, die mit der Elbe und auch mit einem Hotel und einem Gastwirt zu tun hat. Aber dazu wird er Ihnen jetzt selbst berichten. Mein Beitrag für den diesjährigen Dessauer Kalender behandelt ein ganz besonders spannendes Thema. Und zwar hatte uns im Jahr 1896, so lange ist das schon her, einen Gast aus der Hocharktis in Dessau besucht. Und in Persona einer Robbe, die hat sich von der Arktis durchgekämpft bis vor unser Dessauer Stadtschloss. Und das ist eigentlich eine gesamte spannende Geschichte, die damals die Bevölkerung in Atem gehalten hat und eigentlich auch heute noch das Zeug hat, eine spannende Geschichte zu sein und zu werden vor allen Dingen, weil da sind noch viele Fragen ungeklärt. Es gibt viele offene Rätsel sozusagen und diese wollen wir versuchen vielleicht anzusprechen. Also sie werden angesprochen, aber vielleicht auch irgendwann zu klären und den Wissenstrang zu befriedigen und vielleicht neue Erkenntnisse zu bekommen. Ja, wenn ich sage, das ist eine absolute Sensation, dann hat das aber auch eine Vorgeschichte. Also Robben, die durch die Elbe und durch die Mulde bis vor das Dessauer Stadtschloss schwimmen, gab es doch nicht. Aber in der Elbe gab es schon verschiedene Robbenbeobachtungen. Das ging 1925 los. Da hat man in der Nähe von Dessauer eine Robbe sogar geschossen. Man weiß nicht genau, was für eine Art das war. Man hat damals immer von Seehund gesprochen. Aber es gibt auch Robbenbeobachtungen in der Elbe, die sensationell auch für ihre Beobachtung damals sind. 1913 zum Beispiel wurde eine Robbe erlegt. Das hat man damals leider so gemacht. In der Nähe von Bad Schandau. Also diese Robbe ist die Elbe sehr, sehr weit hinauf geschwommen. Und dann gibt es natürlich auch aus den jüngeren Jahren, die wir ja alle miterlebt haben, einige Robbenbeobachtungen in der damals stark verschmutzten Elbe in den 70er und 80er Jahren. Da ist nämlich die Robbe, die Trixi genannt wurde, die Elbe hinauf geschwommen, ist mehrfach bei Magdeburg beobachtet worden. Und das ging dann rein bis in die 80er Jahre, dass immer mal eine Robbe bei Magdeburg beobachtet wurde. Und die haben dann alle die Namen Trixi bekommen. Es gab den Trixi 2, Trixi 3, Trixi 4. Ja, aber wir wollen uns nicht mit diesen Robben beschäftigen, sondern mit der Robbe, die hier vor das Dessau-Stadtschloss geschwommen ist. Es war am 6. März 1896, da gab es einen großen Tumult, einen Auflauf an der Mulde. Und zwar haben die Leute gesehen, dass die Mitarbeiter der herzoglichen Mühle, die haben dort eine Robbe, die am Gestänge nicht weiter schwimmen konnte. Das Gestänge ist ja, ich sag mal, wie ein kleiner Wasserfall. Und diese Robbe konnte dort nicht weiter und schwamm also vor dem Gestänge hin und her und man hat die dort eingefangen. Und die Arbeiter von der herzoglichen Mühle haben die dann praktisch erstmal irgendwo ein bisschen gefangen gehalten, bis man sich entschieden hat, dass man die Robbe zunächst erstmal in einen kleinen künstlichen Karpfenteich aussetzt, der sich auf der Tiergartenseite befand. Und da wurde die Robbe natürlich schon bei der Dessauer Bevölkerung zur Attraktion. Das stand auch im anhaltischen Staatsanzeiger. Und da ist verzeichnet, dass also ab dem 6. März 1896 Besucherströme, richtiggehende Besucherströme, in den Tiergarten flossen, um sich diese Robbe anzusehen. Und die also, ja, schon sensationell war, obwohl es sowas hin und wieder ja mal auch zu der Zeit, als die Flüsse noch sauber waren, gab. Aber die eigentliche Sensation, die kommt ja noch. Und zwar hat man am 11. März entschieden, also zunächst sollte diese Robbe nur vorübergehend im Tiergarten gehalten werden. Und sie sollte dann abgegeben werden an den Zoologischen Garten in Berlin. Aber am 11. März 1896 hat sich dann entschieden, dass die Robbe doch in Dessau bleibt. Der Herzog hat entschieden, dass er diese Robbe dem Hoflieferanten Sturm schenkt. Der Herr Sturm, der hatte ein Hotel, das Bahnhofshotel, also hier im Bahnhofsviertel. Und dem kam diese Robbe ganz zu pass. Der hatte nämlich so ein Basseng extra für diese Robbe dann errichtet. Allerdings leider auf der Nordseite des Bahnhofshotels, weil dort der Bahnhofshotelgarten war. Und so defilierten die Leute dann zum Bahnhofshotel, um die Robbe zu sehen. Sie blieb also in Dessau. Auch das herzogliche Haus hat die Robbe öfter mal besucht. Aber die eigentliche Sensation zu dieser Robbe, die jetzt am Bahnhofshotel wohnte, erfolgte am 15. März 1896, weil da brachte diese Robbe ein Junges zur Welt. Das war natürlich sensationell. Das berichteten auch damals die Blätter. Der anhältsche Staatsanzeiger, der hat ja also den weiteren Verlauf dieser Robbengeschichte auch verfolgt und veröffentlicht. Und das war in Dessau natürlich wie ein Lauffeuer. Hast du gehört, die Robbe am Bahnhof, die hat ein Kind zur Welt gebracht. Und schon kamen noch mehr Leute zum Bahnhofshotel, um die Robbe zu sehen. Dann gab es aber auch kritische Stimmen im Anhälter Staatsanzeiger. Man bekrittelte schon ein bisschen, dass das eine nicht artgerechte Unterbringung war von dieser Robbe oder von diesen nun zwei Robben, weil die Sonnenseite fehlte. Und eigentlich brauchen die Tiere ja auch ein bisschen Fellpflege und ein bisschen Sonnenlicht, um Energie zu tanken und so weiter. Diese Nachricht im anhaltischen Staatsanzeiger, dass das kritisch zu sehen ist mit diesem Basseng, hat sich dann leider bewahrheitet. Denn am 28. März 1896, sagt die Jahreszahl immer wieder dazu, ist leider das Robbenjunge dann verstorben. Es wurde nicht alt, es wurde eigentlich nur 13 Tage alt. Aber in der Zeitung stand dann auch, das Robbenbaby hat nicht umsonst gelebt, denn es hat so manchen Nickel in eine Kasse für wohltätige Zwecke gespült. Leider ist in der Zeitung nicht angegeben, welcher wohltätige Zweck das war, aber zumindest haben wir damit erfahren, wir haben eben von den Besuchersträumen gehört, dass man die Robben nicht kostenlos besichtigen konnte, sondern dass man einen kleinen Obolus hin geben müsste. Later ging diese Geschichte dann traurig weiter, denn bereits am 8. April verstarb auch das Muttertier. In der Zeitung stand wahrscheinlich, ist es aus Gramen darüber verstorben, weil ihr Junges verstorben ist. Naja, sicherlich wird auch die nicht artgerechte Haltung ein Grund gewesen sein. Und diese Tiere wurden dann von dem Dessauer Konservator und Präparator Pflege präpariert, aber zu den damaligen Möglichkeiten in der Zeitung stand dann auch, die Tiere wurden ausgestopft. Das würde einem heutigen Präparator natürlich nicht genügen, diese Bezeichnung. Heute macht man das etwas anders. Aber dadurch erfahren wir, dass diese Tiere dann also als Präparate im Bahnhofshotel waren. Und es gab dann im Mai die nächste Zeitungsnachricht, dass diese Tiere ausgestellt worden sind in einem Automaten. Die Zeitungsnachricht ist natürlich so besonders blumenreich. Man beschreibt, welche Automaten. Es gibt Schokoladenautomaten und sogar Automaten für ganze Dinners. Und nun neu in Dessau erstmalig ein Seehundautomat. Und das stand auch dann wieder als große Schlagzeile in der Zeitung, dass man also einen Seehundautomaten hat und die Leute praktisch für einen Nickel, so sagte man, den man in den Automaten hineinsteckt, dass man da diese Tiere sehen kann. Da ging also eine Klappe runter und dann öffnete sich da ein Sichtfenster und man konnte die Robbenmutti und ihr Junge sehen. Und davor war noch der Mageninhalt der großen, der Mutter Robbe ausgelegt. Die hatte nämlich so verschiedene Steine auch im Magen und so weiter. Und das ging dann also eine ganze Weile so. Und dann gab es im August eine erneute Robbenmeldung in Dessau. Da ist also wieder eine Robbe nach Dessau gekommen, aber diesmal nicht freiwillig angeschwommen, sondern die wurde per Tiertransport aus Jesnitz gebracht. Die Bewandtnis war, dass also eine junge Dame aus Jesnitz, die war zur Kur in einem deutschen Seebad und die hat ihrem Papa als Geschenk eine Robbe mitgebracht, einen Seehund. Und der Papa wusste natürlich mit diesem wunderbaren Geschenk nicht viel anzufangen und kannte aber diese Geschichte von den Dessauer Robben und hat dann praktisch diese Robbe, hat angefragt und hat dann diese Robbe nach Dessau gebracht. Und der Hotelier Sturm, der Hoflieferant Sturm, der hat dann diese Robbe in dieses Becken gesetzt, wo vorher unsere zwei Robben gelebt haben. Die Zeitung schreiben auch dazu wieder ganz lustig, na lustig nicht, aber vielleicht auch ein bisschen sarkastisch, hoffentlich ahnt die Robbe, der Seehund, der jetzt in diesem Becken des Bahnhofshotels schwimmt, nichts von der Anwesenheit der zwei toten Robben in dem sogenannten Seehundautomaten. Ja, das weitere Schicksal des Seehundes, der am Bahnhofshotel dann wohnte, ist leider nicht überliefert, es ist nichts herauszubekommen. Aber vielleicht ist ein Schädel, der sich im Dessauer Museum für Naturkunde und Vorgeschichte befindet, nämlich ein Seehundschädel ohne Herkunftsbezeichnung, wo man also nicht weiß, wie der ins Museum gekommen ist und wann. Also schon recht lange da, sicherlich. Vielleicht ist der sogar von dieser Robbe, das hat man noch nicht recherchieren können. Ja, soweit diese Geschichten von dieser Robbe am Bahnhofshotel. Ich sagte ja, dass sich der Seehund verliert, dass wir nicht mehr wissen, wie das weiterging. Diese Geschichte von diesen zwei Robben, die im Bahnhofshotel dann in diesem Seehundautomaten zu sehen waren, die lassen sich dann aber weiter verfolgen. Offenbar sind sie in den 1920er Jahren im sogenannten Strandhotel in der Leipziger Straße 58 vorhanden, weil der Inhaber Wilhelm Lüdecke des Strandhotels, der betreibt einen Biergarten und dieser Biergarten ist wie ein kleines Museum aufgemacht. Es gibt eine zeitgenössische Postkarte, wo auch der Biergarten abgebildet ist und da steht auf der Rückseite Biergarten und sehenswertes Museum. Und dieser Herr Lüdecke, der Biergarten und das Hotel, das Strandhotel existierten ja nach dem Krieg nicht mehr. Und dieser Herr Lüdecke hatte einen Nachfahren, der also praktisch diese eine Robbe im Jahr 1956 dem Museum für Naturkunden und Vorgeschichte verkaufte, nämlich das Muttertier. Das Jungtier ist bereits im Museum gewesen. Das muss also sicherlich von dem Hotel Lüdecke an einen anderen Besitzer zunächst gegangen sein, nämlich den Apotheker Hisdorf aus Dessau. Und der hat es im Jahr 1955 dem Museum geschenkt. So waren also im Jahr 1956 dann das Muttertier und das Baby wieder im Museum vereint. Im April 1957 erschien der Dessauer Kulturspiegel. Und da hat dann der Dessauer Zoolog Johannes Kühlhorn auch einen Artikel über diese zwei Robben geschrieben. Ganz kurz die Geschichte, dass sie gefangen worden sind an der Mulde und so weiter. Das, was ich eben erzählt habe in etwa. Und da werden diese zwei Robben erstmals in der Öffentlichkeit als Sattelrobben bezeichnet. Und das ist eine Artbestimmung, die also über diese allgemeine Bezeichnung, die damals üblich war, alle Robben als Seehund zu bezeichnen, geht das hinaus. Zur Artenbestimmung hat also der Dessauer Oberlehrer und Biberforscher, der war also ein passionierter Hobby-Biberforscher, aber ein sehr versierter Zoologe, Hermann Friedrich, der hat damals diese Robbe schon als Sattelrobbe bezeichnet und hat dann aber in der Literatur immer so widersprüchliche Angaben gefunden, so dass er diese Bezeichnung als Sattelrobbe nachher verworfen hat und diese Robbe als Kegelrobbe bezeichnet hat. Und im Mai 1896 ist in der Leipziger Illustrierten Zeitung ein Artikel über diesen sensationellen Robbenfang bei Dessau erschienen und da hat der Dessauer Professor Karl Ströße, der ja später der Direktor unseres Anhaltischen Landesmuseums war, hat einen Artikel über diese Robben-Geschichte geschrieben und hat die illustriert mit drei sehr schönen Zeichnungen, die er selber angefertigt hat. Also er war auch künstlerisch sehr begabt. Und diese Zeichnungen zeigen also auch die typische Feldzeichnung bei dem Muttertier einer Sattelrobbe. Die haben nämlich so in der Schultergegend bis zu den Flanken einen dunklen, sattelartigen Fleck und bezeichnet aber nach der Bezeichnung von dem Herrn Friedrich diese in dem Artikel als Kegelrobbe. Aber irgendwann sind dann die Schädel dieser zwei Dessauer Robben nach Berlin gegeben worden und der Berliner Zoologe Alfred Nehring hat also diese Robbenschädel untersucht. Er hat sie mit ganz vielen anderen Robbenschädeln verglichen und kam dann zu dem Schluss, dass das also sich nur um Sattelrobben handeln kann. Er hat also diese anatomische Untersuchung noch gemacht. Ja, und so kam das dann, dass das im Dessauer Kulturspiegel auch als Sattelrobbe schon dargestellt wurde. Und da kommen wir eigentlich zu der nächsten Sensation, die sich eigentlich hiermit auftut. Weil wenn eine Kegelrobbe in die Elbe hineinschwimmt und dann vielleicht sogar eine Mulde, ist das nicht so sensationell wie eine Sattelrobbe. Kegelrobben, die leben in der Nordsee, wie Seehunden auch. Manchmal kommen auch Ringelrobben bis an die Elbemündung oder in die Elbemündung bei Cuxhaven. Aber eine Sattelrobbe lebt in der Hocharktis. Die lebt also im Nordpolarmeer oder im Nordatlantik und zwar im Bereich der Treibeisgrenze oder Packeisgrenze. Da kommt ja die Packeiszone, wo es eigentlich das übliche Jagd- und Lebensgebiet ist für diese Robben. Dort findet auch die Fortpflanzung statt. Und das ist also ihr natürlicher Lebensraum. Und die Fortpflanzung, die übliche Fortpflanzungszeit bei Sattelrobben, die ist so Ende Februar, Anfang März. Und dann muss man die Tragzeit einrechnen. Da gibt es auch wieder unterschiedliche Angaben in der Literatur. Es variiert zwischen 11,5 Monaten und 12,5 Monaten. Also wenn man einen Mittelwert von 12 Monaten nimmt, dann liegt man bei 365 Tagen. Und diese 365 Tage im Durchschnitt hat die Robbe also auch gebraucht, um von der Packeiszone, die nächstgelegene, ist die vor der grönländischen Ostküste. Denn selbst die Packeiszone Hinterspitzbergen ist weiter entfernt, von Luftlinienentfernungen her. Und die Robbe hat also bekanntlicherweise am 5. März 1896 hier in Dessau das Junge zur Welt gebracht. Und bei einer Tragzeit von einem Jahr heißt das also, sie war 365 Tage von der Packeiszone, vielleicht Ostgrönlands bis hierher, vor Stadtschloss von Dessau. Und dann hätte sie eine Schwimmleistung gehabt. Das sind also 2.800 Kilometer bis Cuxhaven, dann nochmal 480 Kilometer von Cuxhaven bis zum Dessauer Stadtschloss sozusagen, also die Elbe und die Mulde hinauf. Das sind dann, wenn wir zusammenrechnen, 3.280 Kilometer. Dann hätte sie also ganz, wenn sie es dreht immer geradeaus, schwimmt und hätte sie also am Tag mindestens 9 Kilometer schaffen müssen. Und dann muss man sich ja überlegen, dass sie also zur Nahrungsaufnahme natürlich nicht gerade Luftlinie schwimmen kann, sondern sie muss ja hin und her schwimmen und sehen, dass sie sich auch den Magen füllt. Also es ist eine enorme Schwimmleistung, die diese Robbe zurückgelegt hat. Und es ist sicherlich möglich, denn Sattelrobben gelten als die ausdauerndsten und schnellsten Schwimmer unter allen Robbenarten. Aber man muss sicherlich auch diese Atbestimmung als Sattelrobbe zunächst nochmal kritisch ansehen. Denn, wie gesagt, Kegelrobben leben in der Nordsee, Sattelrobben nicht. Also man muss das nochmal abknopfen. Und da gäbe es dann natürlich die Möglichkeiten, mit den heutigen Mitteln ganz genaue Untersuchungen zu machen. Leider ist das Präparat der Robbe nach den vielen, vielen Jahren ein bisschen verblichen, sodass man die Feldzeichnung nicht mehr so gut sieht. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass also die Arbeit der damaligen Präparatoren, der Ausstopfer, nicht so toll und exakt und nachhaltig war, wie das heute Präparatoren arbeiten. Und also man kann an dem Präparat nicht so ganz genau die Art Zuweisung machen. Also da muss man schon auf viele Feinheiten achten, was dann Zoologe, Spezialist sicherlich auch kann. Aber es gibt andere Methoden. Zum Beispiel, wir können ja heute die DNA feststellen und da können wir ganz genau dann festlegen, ist das eine Sattelrobbe oder eine Kegelrobbe oder ein Seehund. Also Seehund scheidet aus, aber Kegelrobbe im Prinzip auch. Aber dass man zumindest nachweist, es ist wirklich eine Sattelrobbe und sie hat wirklich auch diesen Weg aus der Arktis, aus der Hocharktis bis zu uns zurückgelegt. Und dann gibt es noch die Möglichkeit der Strontium-Analyse. Das heißt also, jedes Lebewesen nimmt zu Lebzeiten, also in der Zeit, nachdem es geboren ist, zunächst Wasser auf. Wasser ist ja überall in allen Nahrungsmitteln enthalten. Und Wasser enthält auch Strontium. Und diese Strontium-Anteile, die sind also in ganz vielen Bereichen, also das wird dann ganz genau untersucht, in ganz vielen Bereichen unterschiedlich. Und man kann durch eine Strontium-Analyse feststellen, wo kommen diese Lebewesen her, wenn man das untersucht. Strontium lagert sich also zu Lebzeiten in den Knochen ab. Und das in der Zeit der Geburt und wo man aufwächst. Und das verändert sich dann nicht. Also später gibt es noch andere Einflüsse, aber diese Strontium-Grundlage, die bei der Geburt gelegt wurde, die ist dann noch erkennbar. Ja, und das wäre also eine Möglichkeit. Leider ist nur ein Schädel noch von der jungen Robbe erhalten. Da lohnt sich die Strontium-Analyse nicht, weil wir wissen ja, dass die in Dessau geboren wurde. Aber von dem Muttertier, der Schädel ist spurlos verschwunden. Der ist also vielleicht schon nach der Berliner Untersuchung nicht mehr aufgetaucht. Das weiß man nicht, kann man bisher noch nicht nachverfolgen. Das ist noch eine Forschungsaufgabe, den vielleicht wieder auffindbar zu machen. Und ja, das wäre sicherlich für die Zoologen im Museum, sage ich jetzt so, das Museum hat gar keine Zoologen, weil leider sind über die letzten Jahre immer mehr Personalstellen gekürzt worden, in allen Fachbereichen. Und so gibt es also auch keinen Zoologen, der sich da drum kümmern könnte im Museum. Aber sollte das mal wieder sein, dass dieses Museum mal wieder entsprechend personell ausgestattet ist, könnte man sich drum kümmern, dass man also von Knochen, die noch im Präparat vorhanden sind, das sind also die Fingerknochen, die also in den Flossen noch drin sind zum Beispiel, dann Proben nimmt, die auf Strontium untersucht. Und das machen wir ja nicht in Dessau hier, das ist klar, das wird dann an ein Institut gegeben, die das können. Ich hatte also in der Vergangenheit in der Archäologie auch viele Strontium-Analysen von archäologischen Tierfunden schon durchführen lassen. Und ja, dann kann man das im Vergleich mit anderen Tieren, die also in der Hocharktis geboren sind. Man braucht also dann Vergleichsmaterial, kann man das vergleichen, dann kann man sagen, ja, die Dessauer Sattelrobbe, die kommt von der Ostküste Grönlands oder aus der Gegend von Spitzbergen zum Beispiel. Ich würde meine Ausführungen dann jetzt eigentlich mit einem Epilog beenden. Diese Robbengeschichten für Dessau sind ja nicht die einzigen. Also wir hatten ja von der Sattelrobbe gehört und von dem Seehund, der dann auch noch da am Bahnhofsetel lebte. Dessau hatte dann einen Tierpark-Vorgänger. Ab 1935 wurde in der Hindenburg-Allee, das ist also die heutige Ebert-Allee, wo die Meisterhäuser stehen. In diesem Bereich neben den Meisterhäusern wurde von dem Dessauer Tierhändler Volkmar ein Tiergarten angelegt. Er bezeichnet das auch direkt als Zoologischen Garten. Und dieser Zoologische Garten, der hat auch als Sensation einen Seehund gehabt. Und da sind die Dessauer auch hingegangen und haben zugeschaut, wie also der Dessauer Seehund gefüttert wird. Das so als Nachklang zu unserer Robbengeschichte. Ja, und vielleicht besteht auch die Hoffnung, dass im Dessauer Museum mal eine bessere Personalausstattung kommt oder eine arbeitsgerechte Personalausstattung, muss man eigentlich wirklich schon sagen. und dass es dann mit der Erforschung unserer Dessauer Robben weitergehen kann. Ich danke Hans-Peter Hinze für seinen wirklich spannenden Vortrag über die Dessauer Robben, der sowohl Stadtgeschichte als auch Naturgeschichte beinhaltete. Das ist gleich ein Hinweis darauf, was Sie in dem Dessauer Kalender erwarten können. Viele andere Beiträge, die wir im Dessauer Kalender haben, sind ebenso spannend und haben ebenso interessante und inhaltsreiche Dinge zu erzählen. Wir beginnen den Dessauer Kalender 2022 mit zwei Beiträgen, die sich um die Dessauer Solitäreichen drehen. Der Start des Kalenders ist ein Beitrag von Lutz Reichhoff zu der Genese der Solitäreichenbestände rings um Dessau in der Elb- und Muldaue. Diese Solitäreichen waren schon im 19. Jahrhundert sehr bekannt und berühmt und sind von Künstlern in Grafiken und Gemälden festgehalten worden. Einer dieser Künstler, ein Däne, Johann Christian Dahl, hat die Solitäreichen in der Mitte des 19. Jahrhunderts bei einem Besuch in Dessau festgehalten und seine Grafiken sind heute in Museen in Dänemark und Schweden zu sehen. Ein Beitrag von Rüdiger Schmidt stellt diese Zeichnung von Dahl vor. Im kommenden Jahr, am 20. Februar 2022, können wir das Jubiläum 100 Jahre Anhaltische Landesbibliothek begehen. Das haben wir zum Anlass genommen auch einen Beitrag zu einer der Bibliotheken, die in der Landesbücherei aufgegangen sind, in den Kalender aufzunehmen, nämlich einen Beitrag über die Hofbibliothek. Dieser Beitrag stammt von Christian Eger aus Halle. Mit dem folgenden Beitrag von Margaret Schoch wenden wir uns der Dessauer Casino-Gesellschaft zu, in der sich Dessauer Bürger zu Lesungen, zu Gesprächen über Kunst und solchen Anlässen zusammenfanden. Die Casino-Gesellschaft ist schon am Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden und in den letzten Jahren wieder aufgegriffen worden, und tagte im Palais Dietrich. Interessant dürfte auch sein, einen Vergleich zu haben zwischen den Anfängen des späteren Anhaltischen Staatsanzeigers, der als Dessauer wöchentliche öffentliche Nachrichten begann und ein sogenanntes Intelligenzblatt war, in dem im Wesentlichen fürstliche oder Regierungsverordnungen, aber auch Anzeigen und Preistaxen und dergleichen veröffentlicht waren. Und Fabian Schubert hat es unternommen, diese Dessauer wöchentlichen öffentlichen Nachrichten mit einem Intelligenzblatt aus Waldeck-Pyrmont zu vergleichen. Wir greifen auch Themen auf, die in früheren Dessauer-Kalendern schon zu lesen waren, indem wir im Dessauer-Kalender ja immer wieder auch Beitragsserien veröffentlichen. Eine Fortsetzung ist der Beitrag von Margit Ciché, die die Verluste der Anhaltischen Gemäldegalerie beleuchtet, die durch den Zweiten Weltkrieg und Folgeereignisse entstanden sind. Und zum anderen setzen wir die Biografie des Dessauer-Malers und Grafikers Paul Ries fort. Dort ist im Kalender des vorigen Jahres der erste Teil von Andreas Seidel erschienen, der in diesem Jahr fortgesetzt wird. Immer wieder spannend ist es auch zu lesen über Dessauer Künstler, denn das Dessauer Theater hat sehr große Stimmen und musikalische Art Dirigenten, Komponisten und Schauspieler beherbergt und auch hervorgebracht. Einem dieser Künstler widmet sich ein weiterer Beitrag im Dessauer-Kalender. Und zwar handelt es sich in diesem Fall um Dr. Wolf, der von den 20er bis zu den 50er Jahren am Dessauer Theater, aber weit darüber hinaus präsent war. Immer wieder wendet sich der Dessauer-Kalender auch an die Junkers-Fans und diejenigen, die sich mit den Junkers-Werken beschäftigen und an den Junkers-Werken und Hugo Junkers interessiert sind. Auch in diesem Jahr haben wir etwas für diese Leser. Reinhard Sagner schreibt über die Dessauer-Junkers-Werke und deren Aufschwung in den Jahren 1924 bis 1929. Seit 1959 gab es enge Kontakte einer Dessauer-Gemeinde mit einer Gemeinde in der Pfalz in Ludwigshafen, aus der schließlich auch die Städtepartnerschaft von Dessau mit Ludwigshafen, die 1988 abgeschlossen wurde, hervorging. Die Genese, das Werden und Wachsen dieser Verbindung schildert Matthias Richter in seinem Beitrag Der Anhaltische Kreis junger Theologen Momente und Stationen im Leben und Wirken der Evangelischen Landeskirche Anhalts von 1959 bis 2000. Und schließlich hat der Kalender auch wieder eine Übersicht über die Jubiläen im Jahr und Gedenktage im Jahr 2022. Und natürlich berichtet das Stadtarchiv aus seiner Tätigkeit. Das können Sie in den Nachrichten aus dem Stadtarchiv lesen. Ich hoffe, Hans-Peter Hinzel mit seinem Vortrag und ich mit meiner kleinen Übersicht über die Beiträge konnten Ihr Interesse wecken, den Dessauer Kalender in die Hand zu nehmen und selbst nachzulesen, was dort an spannenden Geschichten enthalten ist. Und jetzt haben wir da als Herr Satz, wie er die Welt hat. Und natürlich ist das, wenn wir da in der Welt ankommen, wo es jetzt verletzend ist. Vielen Dank.